Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Hün hier und herzlich willkommen zum nächsten GTA 5 Online Let's Play mit Kami und Cendrim! Hallo? Ja, Freunde, die Jungs, kommen erst gleich zum Spiel rein. Auf jeden Fall werden wir heute vier richtig kranke Rennen machen. Beim letzten Mal haben wir ja der Schlitzer gezockt und das werdet ihr heute beim Kami finden. Da könnt ihr auch gerne nach diesem Video vorbeischauen. Habe ich euch auch schon mal oben in der Beschreibung verlinkt und Cendrims Kanal auch. Da werden wir auf jeden Fall der Schlitzer zocken. Das haben wir ja das letzte Mal auf diesem Kanal gezockt. War auch mega lustig gewesen. Aber heute zockt man endlich mal in der Runde wieder geile Autorennen. Die haben euch ja auch richtig gut gefallen. Da haben wir uns geile rausgesucht. Vier insgesamt und da bin ich mal gespannt, wie wir da so abschneiden werden. Natürlich werden wir wieder mit euch Abonnenten zocken. Wir starten jetzt auch direkt mit dem ersten Rennen. Dann wird es gleich, Leute. So, Freunde, los geht's mit dem ersten Rennen. Mal gucken, was der Kami da uns rausgesucht hat. Ich habe jetzt den Centorno, genau. Was habt ihr für einen Wagen, Jungs? Oh, Centorno. Centorno. Oh, perfekt. Powerstart. Powerstart. Eieieiei. Oh, Kami, ich bin direkt hinter dir. Du bist erster, ich bin zweiter. Komm, komm, komm. Eieieiei. Oh, Gott. Ey, die drehen mich weg, Alter. Wie ich solche Leute hasse, ey. Das ist doch nicht... So was muss doch nicht sein. Also, ich finde das gut. Ey, die drücken mich alle weg. Ich habe immer ordentlich Gas hier. Boah, ich bin jetzt nur am fliegen. Hallo. Das ist eine Scheiße hier. Das ist mein Auto. Komm, komm, komm. Alter, die anderen sind ja schon alle am fliegen, wie Harry Potter. Und ich bin hier noch am Boden. Ja, wie geil. Ich brauche Blitz, ich brauche Blitz, ich brauche Blitz, ich brauche Blitz. Ja, Mann, ich brauche es. Oder ohne Blitz kommt man da nicht rüber, oder? Ja, aber schon, aber nicht so. Doch, doch, jetzt Centorno, der regelt, der regelt. Der regelt, komm. Oh, irgendwas denn für ein Chaos hier, Alter. Was, ich war erster. Komm, ich baller euch jetzt alle da ab vorne, ey. Oh, scheiße, ich werde selber abgeballert. Nein, schnell respawn. X, X, schneller, drücken, schneller, schneller. Ey, komm schon, komm schon, Mann, Alter. Ich will jetzt auch mal hier nicht. Ich bin 8er, Alter. Ich bin scheiße. Wie vielter seid ihr? Ich war richtig gut dabei. Ey, ja, komm jetzt schnell, 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 schnell. Oh, nein, nein. Nein, Kami, weg da. Ey, du Arschloch. Ich bin gegen dich geknallt. Oha, was geht denn hier ab, Mann? Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Das war richtig gut, was ich gemacht habe. Ey, ich war erster und jetzt bin ich 10ter. Nein, ich bin 4ter. 4ter. Das kann echt nicht wahr sein. Nein, ich falle hier durch die Lücke, du, ich will schnell respawnen. Ey, fuck, Mann, ey. Komm, komm, komm. Ich bin jetzt bei dieser Spirale, wo seid ihr, Jungs? Ich bin auch bei dieser Spirale. Ach, Looping. Boah, der Centorno geht richtig ab, Mann. Platz 5, ich glaub nicht, Alter. Als ob. Cendron, Platz 5? Ja, Mann. Ey, da ballert mich einer ab. Leon, Alter, wenn du das siehst, mein Freund. Du kriegst Popo-Schläge von mir. Arschloch. Ey. Ey. Ach, das könnte ich doch alles vergessen. Komm, komm, komm. Ey, diese scheiß Spirale weg mit. Ey, ich knall gegen... Wo bist du, Cendron? Ich bin oben, Alter, weg da Platz. Ey, jetzt... Ey, ich flieg über einen Stein und er macht drei Saltos hintereinander. Das ist doch nicht wahr. Ey, weil der Centorno regelt schon kräftig, Alter. Ja, das ist krank, dieser Wagen, Mann. Der geht ab. Ja, ich hab nur einen dummen Fehler gemacht und von Rang 1 auf Rang 16... Ey, jetzt knall ich gegen irgend so einen Idioten mit einem orangenen Auto, Mann. Ey, ich glaub es nicht. Ein dummer Fehler, Mann. Ey, der schnappt mir jetzt... Oh, ich hab's noch bekommen. Perfekt. Vor mir wurde direkt so ein Blitz gerespawned. Das war einfach nur Glück, was ich grad hatte. Und knall jetzt hier voll in den Boden rein, ey, Mann. Oh, schon, Mann, Alter. Ich bin nicht wieder... Komm, komm, komm. Platz irgendwo... Amasch, ich bin jetzt 9er, 10er. Ja, geil. Ey, ich hasse das. Warum werde ich direkt am Looping gerespawned? Sag mir das mal. Ja, das werde ich auch die ganze Zeit... Das ist doch so behindert. Da hat man doch gar keinen Schwung und Power, sich da irgendwas zu machen. Und ich explodier wieder, Mann. Ich flipp hier gleich aus. Ey, komm, komm, komm. Komm, Alter. Die sind auch alle am Abkacken und nicht... Warte mal, ich brauch gar nicht diesen Looping. Fahr einfach rückwärts. Wow, ich bin fast in so einer Lücke geknallt. Eieiei. Ey, scheiße, Mann. Oh, was hier ab geht's. Ey, fuck, ich bin 12. Ich bin immer noch 12. Wie vielter seid ihr? 13. Ich bin 8er. Nein, ey, jetzt knall ich hier gegen jemanden. Ich mach jetzt meine Special-Tricks. Einfach diesen Looping nicht machen und umgehen. Wie vielter bist du geworden? Ich bin 13. gerade noch. Ihr? Ich bin 8er. Ich bin... Ich bin... Ich frag mich, wie ich 8er sein kann. Wie kannst du denn 8er sein? Alter, das ist so ein Hin und Her hier die ganze Zeit mit diesem Fliegen, ey. Ey, nur weil so ein Idiot wieder verkackt hat. Oh, Mann. Dreh dich doch. Oh, das war perfekt gemacht. Komm. Oh, nein. Jetzt hab ich einen Idioten abgeballert und hab mich selber dabei getötet, ey. Scheiße. Ey, warum wird man immer auf diesem Scheiß-Looping gerespawn? Sag mir das mal. Geil, schön. Ich fahr einfach außen rum bei den Leuten. Ich hoffe, mich ballert keiner ab. Bitte nicht, bitte nicht ballern. Bitte nicht ballern, bitte nicht ballern. Ey, da kommt jetzt ein Scheiß-Polizeiauto. Wer ballert denn jetzt hier rum, ey? Scheiße. Woo. Mann, ich wär locker 1. oder 2. geworden. Alter, was geht hier ab? Ach. Alter, ich bin gerade aber gut dabei. Ich bin gerade sehr gut dabei. Komm, komm. Da ist das Ziel. Jawohl, Alter. Jawohl. Ich bin 10. geworden. Ja, ist okay, Mann. Ist okay. Wie viel da seid ihr, Jungs? 7. 13. Alle fallen dreck runter. So, wir nehmen mal wieder den Centorne, Leute. Gerade 10. geworden. Jetzt muss es auf jeden Fall besser laufen. Mal gucken, was jetzt für ein Rennen kommt. Meiner steht einfach rechts in der Luft. So, Leute. Weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Wir sind, glaube ich, irgendwo... Ach du Scheiße. Ganz oben hier in der Luft kam mir jetzt irgendwas erzählt, dass wir in der Mitte da runter fahren müssen. Da rechts, wo Finish steht. Ja. Start finish. Eieiei. Da geht es jetzt steil nach unten. Okay. Ach du Scheiße. Guck mal, alle Idioten fahren dreck runter. Und ich fahr dreck mit runter. Ich bin so blöd, ey. Direkt nochmal respawn. Scheiße. Jawohl. Hab's gut erwischt. Habt ihr es geschafft? Ja, ich bin gut dabei. Komm, komm. Aber wieder kickt mich jemand. Geil. Wow. Wow. Boah, da ballern mich noch welche ab von hinten. Hallo. Ey. Das ist so unnötig mit diesen Scheiß-Raketen, ey. Kann man die nicht ausstellen? Das ist der Beschirp, Mann. Scheiß-Raketen, ey. Ei, ei, ei. Komm. Ey, jetzt landet meiner wieder wie so ein Idiot. Boah, ich schaff's doch, mich zu drehen. Oh, Leute. Guckt euch das an, Mann. Wie im Actionfilm hier, ey. Meine Güte. Hättet ihr das gerade gesehen, ey. Ey, jetzt ballert mich wieder einer von hinten ab, Alter. Ghetto-Faust. Du kriegst ja schnell Ghetto-Faust von mir, Mann. Ey. Ey, wie unnötig das einfach ist mit diesem Abballern, Alter. Ich verstehe es nicht, ey. Das ist nur bei manchen GTA-Rennen, die heißen GTA-Rennen. Ja, aber das ist doch ohne. Ich war so einer Rampe, da fährt man geradeaus runter, da kann man nicht mal ausweichen, oder so. Die ballern einfach direkt drauf. Ey, der ballert wieder. Da ballert einer wieder auf mich. Komm, komm, ich muss schnell jetzt ankommen. Jawoll, Alter. Sauber, sauber. Oh, wie geil das aussieht, wenn man da auch vorbeifliegt, ey. Boah, Junge, da ist die Kamera so ganz weit hinten, ne? Ja, ja, richtig Hammer, ey. Oh, wie schick gejagt werde auf den ersten Platz. Alter, aber guck mal, wie weit ich fliege. Ich weiß gar nicht, wo ich lande. Oha, ich bin richtig gut gelandet sogar. Elfter bin ich. Ey, Chandrim, ich bin direkt hinter dir. Ich könnte dich jetzt abballern, aber mach ich nicht, komm. Diese scheiß Ghetto-Faust wieder. Ja, Mann, der ballert die ganze Zeit rum. Ey, Alter, was sind das denn für Wege hier am Flughafen? Ey, durch die Lücke, durch die Lücke. Fuck, 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 fuck. Nein, ich bin der erste Mal wieder so eine Scheiße hier. Chandrim, du bist direkt vor mir, ich seh dich. Wer hat dich da abgeballert, Mann? Ich fahr jetzt an euch allen vorbei. Jawoll, Alter, ich sieh schon mehr den fünften Platz. Mach die Lücke hier. Ist das knapp. Kami, wie kann man hinter sich schauen? Ähm, rechter Stick in die Mitte drücken. Rechter Stick in die Mitte. Okay, hinter mir ist eigentlich ein Lücke. Hoffentlich ballert er mich nicht ab. Ey, der Safe geht vor mir. Nein, ich hab's nicht erwischt. Wow, 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 ich fliege gerade sehr gut. Sehr, sehr gut, Alter. Oh nein, auf! Ey, mit der Spitze auf die Laterne fasst. Ey, Kami, ich bin direkt neben dir. Hallöchen. Tschüss. Ey, ich werd die ganze Zeit abgeballert, Mann, reicht doch. Boah, du bist fast gegen die Laterne geknallt, Kami, ey. Wie lustig, Mann. Hab ich nicht erwischt wieder. Ne, hast du nicht geschafft. Und ich hab's geschafft, sauber, sauber. Nein. Ey, ich bin Erster, ich glaub es nicht. Mann, ich war Erster die ganze Zeit. Oh, ich knall gegen den Baum. Oh nein, nein, bitte nicht respawnen. Komm, 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 fahr, fahr, fahr. Ey, grad sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Mann, ich war Erster. Ich bin Erster. Wer ist hinter mir? Niemand. Oh, da kommt irgendeiner hinter mir. Bist du das, Kami, der hinter mir geflogen kommt? Nein, ich bin am Arsch. Oh nein, jetzt kommt wieder diese schwere Rampe, glaube ich, hier, Alter. Die sieht so komisch aus. Warum, warum spawnst du nicht? Boah, jetzt bin ich einfach auf dem Dach, einfach auf dem Dach. Eieiei, nein, ich schaff es nicht, Alter. Ich glaub es nicht, ich schaff es nicht, ich muss respawnen. Ja, ich muss auch respawnen, Alter. Ich bin die Siebter, super. Komm, 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 komm. Ey, ich bin jetzt Vierter geworden, Mann. Scheiße, ich bin immer noch Vierter. Ich bin Achter. Ey, ich brauch diesen Blitz, Mann. Ich brauch diesen Blitz. Ey, diese Rampe ist so schwierig, ey, wenn man da so quer fahren muss. Das ist richtig schwer. Komm, 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 fahr, 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 fahr. Jawohl, jawohl, nein. Ich schaff es wieder nicht, Mann. Was ne Scheiße. Wie viel Anlauf braucht man denn hier? Ach, ich häng die ganze Zeit hier fest. Das ist doch lächerlich. Komm, 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 fahr, fahr, fahr. Ich bin jetzt Vierter schon wieder, ey. Ich hab durchs. Ey, ich war erst und jetzt bin ich Achter, Alter. Jetzt vor mir auch noch die Ghetto-Faust, ey. Den würde ich am liebsten jetzt abballern. Ey, jetzt kommt mir jetzt den Reifen da entgegen geflogen. Ey, ich soll mal Platz machen. Ja, mach Platz. Endlich, ey. Fahr doch da runter jetzt, Mann. Jawohl. Jawohl, Alter. Endlich auch mal geschafft hier. Komm, komm. Weiter, weiter. Ey, jetzt land ich auf dem Tennisplatz. Bitte nicht. Kann man da raus auf dem Tennisplatz? Ja, aber schwierig. Oh, doch. Ich hab den Weg gefunden, Alter. Ich hab den Weg gefunden. Wer ballert mich denn jetzt hier ab? Ja, konnte man... Da, 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 da. Elfter Platz. Ey, was ist das für ein Scheiß? Komm, Erkan. Den überholen wir jetzt hier. Schön hab ich den Erkan. Ich find den jetzt dennoch abgeballert. Oh, nein, Alter. Oh, nein. Oh, Gott. Ach, du Scheiße. Was ist das Ziel? Boah, Leute. Guckt euch mal diese Landung hier an. Wo ist das Ziel? Ich muss ins Ziel. Da hinten. Komm, komm, komm. Nein, hier ist ein Gitter vor mir. Ich muss schnell zum Ziel. Ey, das ist doch nicht warm. Fahr um die Ecke. Ey. Nein. Ey, Leute. Mal guckt euch das bitte an. Bitte, bitte. Das kann nur mir passieren, ey. Das kann nur mir passieren. Jetzt kommen diese Fast and Furious Skills von mir. Komm, komm, komm. Ey, dieses scheiß Tor hier, ne? Ich werde jetzt letzter. Ey, nein. Oh, ja, ich habe es geschafft, Alter. Neunter bin ich geworden. Ey, Jungs, wie wieder seid ihr? Ach, ich bin doch am Fahren. Ich werde es nicht beenden, ey. Oh, Christiano, nur sieben ist siebter. Elfter, ey. Ja, ich bin in der goldenen Mitte, ja? Das wird nochmal spannend. Noch zwei Rennen kommen auf uns zu, Leute. 23 Punkte wird schwierig, hier nochmal vorne anzuknüpfen. So, Leute. Das dritte Rennen von vier beginnt. Diesmal aber können wir uns nicht irgendwie crashen, ne? Da ist irgendwie alles unsichtbar. Das ist, glaube ich, mal besser. Ja, vor allem mit Motorrad. Ein schönes Motorradrennen gleich. Das letzte Rennen soll am besten sein, meinte Kami. Das Beste kommt zum Schluss. Komm, wir kriegen ja den Powerstart hierhin, optimal. So. Eie, ey. Wo sind wir denn hier? Wir sind ja irgendwo auf diesem Rummelplatz, ne? Ja. So. Oh, 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 scheiße. Ach, du Kacke, Alter. Eie, ey, wo geht es denn jetzt hier weiter? Da ist doch Ende, Mann. Das ist Ende, das Wasser. Ah, ich muss bremsen. Alle fallen ins Wasser. Ich habe rechtzeitig gebremst. Komm, 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 rechts, links. Ich bin erster, erster, erster. Ey, was ist das denn für ein Rennen, Alter? Willst du mich verarschen, Alter? Hier muss man ja durch Ecken und Kanten fahren. Oh, 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 jetzt hier. Ach, du Scheiße. Ist das eng hier. Jetzt die Feuerwehrleiter runter. Hallo. Ey, ich bin hängen geblieben. Nein, bitte nicht. Jawohl, ich bin unten. Komm, fahr, fahr, fahr. Ey, da sind schon wieder welche vor mir, Alter. Das sind solche Freaks. Ich knall gegen die Laterne fast. Nein, habe ich es nicht geschafft. Boah, läuft ja gar nichts hier bei mir. Komm, komm, nirgends. Zuh, 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 zuh. Boah, Alter, was eine Action hier. Ey, Junge, Junge. Oh, fuck. Ey, dieses scheiß Motorrad, Mann, Alter. Dreh dich doch. Eie, eie, eie. Oh, ich bin schon mal so eine Runde gefahren. Ich krieg so hart bei diesen Dingern, ey. Fällt mir einfach ins Wasser. Was ist das denn hier, Alter? Sind wir mal im Burgerladen hier. Souvenirshops, Tattoos. Nee, danke, ich will kein Tattoo. I love Beach, I love Beach. Weiter. So, gleich wird es richtig spannend. Ey, wo, ich, wo, muss man jetzt, ach du Scheiße, jetzt kommt noch eine Achter, aber. Ich habe noch die Aggression bei GTA, du kommst aber heute. Es ist wirklich so, ey, was macht der da immer wieder ins Wasser, ey. Ey, wie kommt man denn jetzt hier hoch, Mann? Ey, das ist, glaube ich, Scheißmotorrad, was ich ausgewählt habe. Ich habe das mit der meisten Beschleunigung ausgewählt. Der hat immer so einen Antritt wie, äh, Wolli. Und ich höre noch auf den. Ja, ich habe gedacht, das ist ein gutes Motorrad, aber. Ey, was ist denn hier passiert? Boah. Ey, Leute, ich bin erster, Mann. Ich brauche jetzt die ruhige Hand. Ich brauche die Fingerfertigkeit. Komm, Alter, ey. Das ist das für ein Rennen hier, Mann. Wenn ich Achterbahn fahren will, dann setze ich mich da rein, aber fahre doch nicht mit dem Motorrad darüber. Boah, ist das krass. Scheiße. Scheiße. Warte mal jetzt rechts. Ey, fuck, einer ist direkt hinter mir. Ich bin Zweiter. Das ist gar nicht gut. Erster wieder. Was ist denn da los? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Sevgi, mach doch mal Platz. Oder wer ist das? Es geht direkt weiter mit der Achterbahn. Ich glaube es nicht. Ei, 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 ei. Okay, fahr mal jetzt schneller. Oh, Scheiße. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Was ist das für ein Rennen? Jetzt bin ich hier bei dieser Riesen... Ach, du Scheiße. Hier runter. Oh, 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 oh. Nein, ich fall runter. Ich glaub's nicht. Ey, ich war Erster die ganze Zeit. Ich bin Elfter. Und ihr... Ey, ich bin jetzt Siebter. Ey, das ist doch nicht wahr, ne? Freunde, da sieht man, wenn man einmal einen kleinen Fehler macht, sofort Letzter, Mann. Sofort. Ey. Du bist natürlich Letzter. Jawohl. Dritter. Dritter bin ich geworden. Aber ich hätte Erster werden können. Voll klar. Du bist da wie so ein Rillekopf gefahren. So drrrr, links, rechts. Ey, bei mir steht es jetzt wieder gleich nie beendet. Don't drink and drive, Kami. Jawohl, nie beendet. Nie beendet. Komm, diese ganze Schiff. Nichts wieder. Baba, ich schwör nie wieder. Nein, ey, wieder nicht beendet, Mann. Ey, du bist da wie so ein Rillekopf am Fahren. Ey, Leute, Leute, Leute. Dritter geworden. So, hier können wir jetzt nochmal den aktuellen Zwischenstand sehen. Ich bin einen Platz nach vorne gedrungen. Platz 6. Wo seid ihr denn, Jungs? Oh, Kami und Sendrin. Da läuft ihr hier. Blende bald den unteren Teil aus. So, Leute. Das letzte Rennen geht los. Kein Kontaktrennen. Also, zum Glück kann man sich diesmal nicht crashen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich das beste Rennen ist oder ob der Kami dann noch labert, der Bücher. Das ist ein krasses Rennen. Okay, komm, wir brauchen den Powerstart. Jawohl, den kriege ich, Alter. Man muss immer im perfekten Moment erst zwei drücken. Wir haben viele bekommen, Alter. Stell dich doch mal drauf ein, dass du ständig am Fliegen bist. Ach, scheiße, Alter. Da freue ich mich ja richtig drauf. Ey, alle rammen hier. Oh, ja. Man kann doch gar nicht rammen, du Vogel. Alter, alle rammen hier, ey. Ist das deaktiviert. Alter, man fliegt ja hier bei ganz Sorgebrücken. Oh, 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 oh. Ja, das war eine richtige Bruchlandung, ja? Alter, ey. Die ganzen Autos, die verbirgen mir die Sichte. Ich sehe nichts. Wie viel da seid ihr, Jungs? Wo steckt ihr? Ich bin Sechster. Sechster, Sechster. Oh, nee, Alter. Dieses Fliegen hier, ey. Aber das ist mal, glaube ich, besser, dieses Rennen, dass man sich sicher crashen kann, weil sonst würde ich schon längst tot sein oder so. Aber das mit dem Abballern finde ich auch ein bisschen unnötig hier bei diesen Rennen. Wenn man sich abballern kann, dann braucht man auch Schutz. Müsste man wie bei Mario Kart irgendwie so ein Schutzschild aufnehmen können, dann wäre das ja ganz cool. Aber so ist das ja voll scheiße von hinten einfach ein Abballern. Oh Gott, jetzt will man wieder fliegen. Boah, der Himmel sieht ja mal richtig geil aus. Die Qualität. Optimal. Ich bin jetzt Achter. Oh, nein, Alter. Ich mache hier wieder so ein... Oh, scheiße. Ich lande sehr, sehr schlecht. Ich lande sehr schlecht. Ich bin Achter. Boah, ich bin Neunter. Boah, ich bin doch gut gelandet. Ich bin Dritter, Jums. Dritter, Dritter. Ey, der eine geht so ab, Mann, Alter. Das ist ein richtiger Sucht, die, ey. Sieht man sofort. Achter. Boah, ich bitte... Ey, der eine knallt fast gegen Helikopter hier in der Luft. Da war eigentlich ein Helikopter. Warum steht bei mir falsche Richtung? Warum nicht verarschen? Dann hast du ein Checkpoint nicht erwischt. Warum nicht nur ein Checkpoint? Oh, geil, Alter. Weißt du, sowas passiert dann bei mir. Sowas liebe ich dann richtig, Alter. Ey, GTA, Alter. Das Spiel, wo man sich immer aufregt, ey. Erstmal diese Ladezeiten. Das ist das Schlimmste überhaupt bei diesem Spiel, ne? Wenn man erst mal ein Spiel findet, dann kackt da immer irgendwas ab. Immer hat man Pech irgendwo. So wie ich jetzt hier, Alter. So wie ich jetzt hier, ey. Das ist doch nicht wahr. Guck mal, wie ich gelandet bin. Ich kann nicht mehr fahren, ey. Ja, super. Jetzt überholen mich alle. Zack, geht alle vorbei. Ey. Das ist echt lächerlich, Mann. Wie viel da bist du? Ich bin jetzt Zehnter. Ich war Dritter. Ja, das geht hier ganz schön schnell. So schnell kann es gehen, ey. Ja, so schnell kann es gehen. Boss Kosovo hat, schau zu. Den ist, glaube ich, dem ist es auf die Eier gegangen, ey. Oh, wow. Jetzt gehen wir hier wieder fliegen. Super Fla... Sopli, oder wie heißt der, Alter? Könnte ich nicht gerade sehen, ey. GTA hat sogar gewonnen. Der ist auf dem ersten Platz, ey. Der ist auf dem ersten Platz. Der hat noch nicht gewonnen. Komm, ist noch alles offen, Jungs. Check. Oh nein, ich fahre falsch, Alter, ey. Das ist so ein Müll, Mann. Das ist doch nicht wahr. Das Rennen geht noch lange. Ja, deshalb hat man noch genug Chancen, hier auf Platz 1 zu kommen. Ich gebe nicht auf. Komm, 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 Leute, Alter. Unterstützt mich, Alter. Unterstützt mich. Was soll die drüber? Die sollen den Like-Button vergratigen. Jetzt sind wir auf dieser Pferderennbahn. Die hatten wir doch schon mal gehabt in irgendeinem Rennen, Kami, Alter. Ich weiß, so eine richtige Scheiß-Rennen war das damals. Ja. Wo man da mit dem Motorrad hier fahren muss, und eine andere mit Monster Truck und so, ey. Ja. Elfter, Elfter. Guck mal, dieses Ding ist so groß, und ich schaffe es immer wieder, dazwischen oder da drüber zu springen. Das ist so behindert, Mann. Du machst alles möglich. Nein, Alter. Ich mache bald ein Video. Und was man bei GTA nicht schaffen kann, schafft es immer. Scheiße, ey. Es regt so auf, ne? Ja, Mann, das Spiel macht echt aggressiv, ey. Ich bin nicht immer im 10. oder im 9. Ich kämpfe gerade um Platz 10, ja? Ja, also bei mir ist es konstant 15. Aber... Wo ist denn der 16? Aber es gibt ja noch 15 Plätze. Aber den nehme ich auch mit, den 16. Wo bist du... Oh mein Gott, Alter. Was ist das denn mit Wasser hier? Ja. Ach, du Scheiße. Ich bin gerade fast im Wasser gelandet. Ja, ich bin im Wasser rein. Ey, bist du vor mir, Kami, oder was? Nein. Ich bin 9. Oh nein. Wieder nicht erwischt. Oh nein. Und ich lande auf... Oh, Jungs. 14. Platz. Der Blut hier war. Ey. Das ist doch nicht wahr, Alter. Ich lande jetzt hier neben dem Jackpoint. Ich war so gut dabei. Ich muss jetzt wieder zurückfahren. Oh, da kommen die ganzen Affen schon. Ich habe denen schon die Türe aufgemacht. Oh, nee, doch nicht. Dann müssten wir hier unten langfahren am Wasser. Ich schaffe es einfach nicht, da rein zu landen. Wo denn? Ich fliege immer ins Wasser rein. Ich habe es im letzten Moment noch geschafft, da zu landen. Oh Gott, Alter. Ey, ich bin letzter. 15. Als ob. Ja. Ich war 5. Und jeder fragt sich, wo ist Chandron? Chandron ist auf Platz 10. Was? Ich bin auf Platz 7. Siehst du, du kommst da nochmal richtig zurück hier. Das Rennen ist noch lange nicht vorbei, Leute. Das wird nochmal spannend hier werden. Ich bin deswegen nicht spotable. Everything is possible. Possibility. Das muss ich aber mal loslegen. Was du loslegen kannst, ist dein Controller. Ich hole mir dich. Glaub nicht, dass du davon bist. Nee, nee, nee. Also ich werde auf jeden Fall hier auf Platz 10. Sicher nach Hause schaukeln. Ich will auf Platz 1 kommen, aber das wird unmöglich sein. Dieser eine ist voll ein Freak. Ey, ich schaffe es auf den Mast. Der ist so dünn. Der ist so dünn, Mann. Boah, und ich lande wieder auf dem Baum, Alter. Ich habe Selbstmord begangen, ey. Hallo, ich brauche Respawn. Bitte, Alter, komm. Ich will den Nebel jetzt überholen. Ey, ich bin 9er. Chandron, du bist bestimmt direkt hinter mir, ne? Ich bin der Mann. Ich sehe dich. Ich schwöre, ich sehe dich. Als ob, ich feiz die Rampe hier hoch. Hau ab, hau ab. Hör jetzt komme ich an, Handy, vorbei, Freunde. Boah, hier geht gar nichts mehr. Bitte nicht wieder gegen den Baum knallen, ey. Bitte nicht wieder gegen den Baum, ja. Perfekt gelandet auf dem Boden und jetzt abgeht. Handy, überholen. Als ob, du bist ja schon vor mir, glaube ich. Nein, ich fliege hier vorbei, Alter. Das ist doch nicht wahr. Schau, Handy. Wo bist du? Ah, da bist du. Ja, Mann, ich sehe dich jetzt. Jetzt bist du direkt vor mir. Ich überhole dich jetzt, ma? Ja, komm, 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 komm. Du hast den Fehler, du bist dagegen. Nein, nein, ich habe schon auch gedacht, ich knall dagegen, aber ich schaffe es gerade noch so. Ach, du Scheiße. Boah, ich habe knapp noch die Rampe bekommen, genau wie du, ey. Ich habe das vor mir gesehen. Jawoll, 14er. Oh, geil, Tim. Ich habe dich, Centrim. Ja, Mann, ich stehe den Film nicht so auf. Egal, lass das klingeln, ey. Ja, danke, geht nicht ran, geht nicht ran. Scheiße. Ja, Freunde, ich bin ja, wie gesagt, morgen bis Freitag auf Mallorca. Ich habe mir ein paar Videos vorproduziert. Müsst ihr auschecken. Und ich komme Freitag gegen 13 Uhr oder so wieder. Und dann mache ich da auf jeden Fall ein chilliges COD-Leizbär, werde ich ein bisschen vom Rollerperz zählen. So, oi, 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 alter. Das Rennen ist echt nicht einfach, Mann. Apropos auschecken. Mein GTA-Video in der Beschreibung. Ach, das hast du schon am Anfang gesagt. Wenn wir schon beim Auschecken sind. Ja, wenn wir schon beim Auschecken sind. Da checkt auch direkt wie real aus. Ein Jahrhundert wieder, dann später was da Neues, aber Sparte dann war's. Ein Sparte, wir versuchen da schon, dass du das nicht öfters fand. Aber GTA noch der Sparte, den Sprengen. Und morgen freue ich mich auf das Aufbrille-Draft, Alter. Ich habe gehört, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ja, Mann, da haben wir auf jeden Fall ein paar coole FIFA-Videos noch bei Kami auf dem Kanal gedreht, ey. Das wird richtig lustig werden, wenn du nicht hier reinziehen, Alter. Also, Food-Drafts Aufbrille, das ist auf jeden Fall der Name des Passens. Ja, Mann, der ist wirklich krassend, ey. Mit lecker Apfelschorle, Jungs, ne? Den Kief, Alter, den Kief. Ey, dieser Karl-Heinz Rummenigge, Alter, ey. Was ein Pisser. Ich bin immer noch auf Platz 9, das ist schon mal von Vorteil, was ich hier... Was? Ich bin auf Platz 11. Der Kami rückt immer näher. Ich hol mir dich. Nein, 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 gar nicht. Ich bin auf 8. Ich war noch nicht hinter dir. Das Rennen zieht sich aber ganz schön lang, Alter. Also, es ist zwar nicht schlecht, macht Bock, aber könnte ruhig noch ein bisschen schwerer sein, ne? So wie die davor, so ein bisschen, paar Herausforderungen sollten schon sein. Nein, 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 ich will ja nicht wieder letzter sein, Mann. Lass mich noch wenigstens noch ein bisschen Freude. Ja, ich bin wieder siebter hier, ey. Wir sind jetzt schon 8 Minuten am Fahren, Leute. Immer noch nicht vorbei. Man ist ja nur am Fliegen. Ja, die ganze Zeit am Fliegen, ey. Ja, wieso bin ich 9er? Wieso kann ich keinen überholen? Ja, geil, Alter, die Kurve ist so krass geworden. Oh, nein, Alter, oh, nein. Boah, gerade mal so Glück gehabt. Ey, der hat schon wieder was beendet, dieser eine Typ, Alter. Als ob. Ja, ja. Er ist ja echt ein Freak, Mann. Auf jeden Fall, wenn er das sehen sollte, bist du echt ein Freak. Glückwunsch. Höre, Alter, heftiger Freak, ey. Schläft er mit der Playstation ein, bock mal so. Ja, der geht richtig ab bei GTA, Mann, Alter. Muss man sagen, ey. Ja, manche Leute zocken das halt regelmäßig. Ich zock das eher unregelmäßig. Einfach so, wenn ich jetzt mal aufnehme. Mal so ab und zu vielleicht mal, aber jetzt auch nicht so oft. Only for the business, bitch. Only for the business. Conor McGregor is in the club. Oh, shit. Fünfter, fünfter. Ich zock das nur, wenn ich mit euch ab und zu mal aufnehme. Ja, das merkt man, Cennum, das merkt man, ey. Das merkt man auf jeden Fall. Aber jetzt gerade im letzten Rennen bist du ja gar nicht so schlecht. Wie viel da bist du jetzt? Achter, achter. Und genau dann, wenn du das sagst, mache ich einen Unfall. Ich bin fünfter, Alter. Ich bin zehnter, ich muss Cennum aufhören. Oh, Kami, Alter. Von dir habe ich aber auch mehr erwartet, hier. Ja, das ist zu früh für mich für GTA. Jetzt sind wir noch ganz gechillt hier am Beach, am Fahren. Beachfeeling hier. Ja, da bin ich auch schon auf Malle. Da freue ich mich schön. Hier am Strand, hier auf Rimbler. Ja, ja, ja. Ich hoffe, du knickst um. Ja, und da ist das Ziel, Leute. Wir fliegen jetzt schön rein. Machen auch nicht bald das Rebel Radio an und fahren als Ziel. Und sind fünfter geworden. So, Freunde. Das war's dann jetzt auch von dieser GTA-Folge. Wir schauen jetzt noch mal, welchen Platz wir am Ende abgeschnitten haben, wo wir gelandet sind. Ich denke mal so, ja, Platz fünf, Platz sechs. Ja, Platz sechs. Ich bin trotzdem von Cennum. Hacke, Alter. Hacke, ich bin von Cennum. Zwölfter und dreizehnter Platz. Ja, aber egal. Sechster Platz ist in Ordnung, Alter. Bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Ja, ihr Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da will ich wieder selber 10.000 Likes. Freund, letztes Mal gab es ja Schlitzer. Und das gibt es da jetzt gleich direkt bei Kami auf dem Kanal. Checkt das aus. Ganz oben in der Videobeschreibung. Den Kanal von Cennum. Und Tobi, ihr könnt ja auch in der Beschreibung auschecken. Alles verlinkt, Leute. Und ja, da würde ich sagen, lasst den beiden das Abschiedswort. Ich bin raus, haut rein und ciao. Jo, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Jo, haut rein, Kami. Ich mach dich das nächste Mal fertig.